Trinken. In der Vergangenheit war es so, dass wir den Großteil der Flüssigkeit über Nahrung aufgenommen haben. Heute ist das anders, denn verarbeitete Nahrungsmittel und Fastfood entziehen dem Körper sogar Flüssigkeit. Die Verbindung im Gehirn zwischen Durst und Nahrungsaufnahme, die ist noch fest verankert. Deswegen essen viele Menschen, wenn sie eigentlich durstig sind. Müdigkeit wird aber durch Flüssigkeitsmangel stark getriggert und deswegen jetzt meine drei Tipps für dich. Erstens, morgens, wenn du aufstehst, trink ein großes Glas stilles, am besten sogar warmes Wasser. Schuss Zitrone oder Natrium rein, ermöglicht dir, die Flüssigkeit noch besser aufzunehmen. Zweitens, über den Tag solltest du so ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht an Flüssigkeit aufnehmen. Und drittens, ganz entscheidend, ist das am besten Wasser oder ungesüßte Tees. Verzichte unbedingt auf Zucker- oder süßstoffhaltige Getränke, die schaden deiner Gesundheit letztlich.